Bei Wasser? Kein Unterschied. Dann machen wir halt mal auf. Ich weiß nicht, was ich da hätte richtig machen sollen. So, da oben müssen wir theoretisch nicht hin, weil kein Raumkampf ist. Oh, und hier habe ich wieder eine Geheimtür entdeckt. Nice. Bin ich gut. Bin ich gut. So, dahin müssen wir weiter zum... Nee, da will ich nicht hin. So, eine Fackel ist ganz nett. Nehmen. Haufen Gold habe ich schon. 3000 Gold, die ich mit mir rumschleppe. Ich denke, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durchgekommen. Ja, wir lagern mal. Mit Fesma. Weil ich habe dann immer noch vier Essen. So. Verhindert nächtliche Inhalte. Äh, Hinterhalte ist auf jeden Fall nicht. Gewäre mir die Stärke, alles zu besiegen, was mich im Weg stellt. So. Minus 20 AP. Stress ist nicht so ein großes Problem. Allgefährten. Strasse wird um 15 gelindert. Stressschaden. Stress ist nicht so ein großes Problem bis jetzt. Plus Prezi. Plus Ausweichen. Ja. Mein Freund, das Licht leuchtet in Dear. Jetzt habe ich noch fünf. Das kostet mich drei. Hm. Hier, fünf. Oder machen wir das halt mal? Vergiss nicht, dass unser Auftrag heiligem gerecht ist. Das Licht wird um siegen. Ich kann meine Kraft, meinen kräftigen Herzschlag spüren. Alles läuft nach Plan. Wir haben nur noch wenig nach. Hoffentlich ist die Sektion bald zu Ende. Das Stimmt. Wenig Nahrung ist leider korrekt. Und die Falle hat auch nicht entschärfen können. Das ist natürlich schlecht. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder ist es bestimmt was Schlechtes. Und... Nö. Stressschaden. Stressschaden, bloß schaden, bloß lagern. Nice. Was ist noch eine Truhe? Ja. Wer hat viele Schätze mit Schlüssel? LOL. Das sind gerade 7500, die hier... Alles klar. Ich glaube, meine Dingens erstmal... Wenn ich das nach Hause bringen muss, meine Geldsorgung ist mal durch. Krass. Das ist echt krass. Hier, 5 bis 9. So, zack. Ach, die machen wir alle n... Hier, ich spiel für mich selbst ein Lied. Der ist ein bisschen nutzlos gerade. Muss ich ehrlich zugeben. Ne, hier, Heilung. Den. Nicht verreckt noch, während er nutzlos ist. 3 bis 5. Woll. Regen im Wald. Besser im Dunkeln, Regen im Wald. Haben wir jetzt hier Poetry Slam oder was? Ha. Nix da. Das 10 ausweicht, das ist schon krass. Und wieder den. 10 bis 20. Wieder einer tot. Ja. Bamm, hat ein Kadawer weg. 5 bis 8. Bamm. 29 kritisch. Alter, gegen die Hexe mal so ein Ding zu machen, wäre krass gewesen. Wäre sie im Prinzip sofort tot gewesen. So, jetzt habe ich allerdings keinen Schlüssel mehr. Den hat gehört dir. Habe halt keinen Schlüssel mehr dafür gehabt. Aber das ist, denke ich, okay. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was hier oben ist. Ich muss auch mal hingucken gehen, weil ich muss ja 100% der Raumkampf abschließen will. Weil das dann Raumkampf ist. Lauf mal so ein Stück. Alter. Ihr habt doch vorhin erst gegessen. Hier, vor zwei Räumen. Ach, ist aber kacke. Ernsthaft. So ein Bullshit. Ich weiß noch nicht, was ich mit der ersten Jungfrau machen muss. Ich habe noch nie was Gutes rausbekommen. Keine Ahnung. Aber die Schätze. Ich will es trotzdem abschließen, damit ich noch mehr Geld kriege. Ich will es auch so gut wie. Komm, triff. Schade. Aber du triffst. Kann ich nicht mitnehmen. 52 Gold. Ich meine, ich habe mal das weg. Zack, zack, zack. Auch nochmal rein. Kiste ist leer. Schade. Das haben wir genug. Mal weiterlaufen. Oh, wer bist du denn? Wahnsinniger. Du kannst zumindest bluten. Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Ich weiß nicht, was du kannst. 9 bis 18. Sehr gut, einer tot. Das gleiche wieder unhold vielleicht? Ich will nicht wissen, was du kannst. Muss ich leider sagen. Minus Prezi, Minus Schaden. Gib ihm. Verdammt, wieder setzt. Geil, er hat noch hier. Kriege ich das Versuch. Die Axt klingt, der ist halt echt ein böser Gegner hier. So, dass man den wahnsinnigen Töten vor dem irgendwas machen kann. Auch den betäuben hier, weil der würde mir ganz schön vom Keks gehen. Dann töten wir nochmal einen Kadaver und machen den noch ein bisschen Schaden. 7 bis 14. Läuft. Läuft. Das ist halt immer noch ein bisschen Schaden. Ich komme immer noch nicht an Iran mit meinem... Na, kann man... Da ist ein bisschen Kacke. So, man hat beide weg. Jetzt kommen wir ran. Auf ihn. Ist doch nicht dumm. Das muss ich mit dem tauschen. Das war ziemlich dämlich. Muss ich einmal zugeben. Ähm. Okay. Erst halt nochmal dran. Naikampffähigkeiten. 500 Gold. Ich werde wahrscheinlich dafür das Essen wegschmeißen. Ähm. Naikampffähigkeiten. Ja. Kriegst du Naikampffähigkeiten plus. Aber dafür Minus ausweiten. Na gut. Schlüssel habe ich nicht mehr. Inhalt gehört mir. Nehmen. Ich kann keine Wappen mehr mittragen. Baaah. Kacke. Ich will die Schaufel wegtun. Ich will die Schaufeln weg. Ich will die Schaufeln weg. Wieso seid ihr zu hungrig? Ach man. Ihr seid kacke. Wieso seid ihr zu hungrig? Ich will irgendwas verpassen, dass ich plötzlich so hungrig werde. So. Letzter Raum. Raumkampf. Gib mir. Oh. Was ist denn für eine Truhe? Ich hätte ihn machen. So. Letzter Raum. Alter. Ich gibts aber auch alles. Ja. Widersetzt. Bei 20% Blut. Oh. Nice. Gewürfelt. Das Menschen hätt ich nicht mal ausmachen können, oder? Ist ja bei dem auch Quatsch. Äh. Bitte mir auch bloß so gegeben. Ist der einzige, das ich wirklich gut selbst heilen kann. Okay. Und der, der Aussatz, äh ne der, der Unheil kanns auch. Der Aussatz und der Unheil, die können sich echt gut selbst heilen. Ist krass. Dadurch macht er echt einen guten Tank. Weil es halt nicht so schlimm ist, wenn der ein paar Mal getroffen wird. Zwei Crits hier. Nice. Zweimal Crit-Heilung. So. Gehen wir mal hier allem auf die Nüsse. Und dann gehen wir dem auch noch auf die Nüsse. Das ist jetzt gerade ein ziemlich klassisches, ich muss mich durchschnetzen. Variante. Warte. Schön. 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 Kann ich nicht anders sagen. Mach mal die beiden blöden Dinger hier weg. Dann gehen wir dir auf die Nüsse. Wenn wir treffen würden. Schade. 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 ein bisschen verbessern. So, hier, hier, hier. Dodger. Bisschen mehr Gift. Ja, gefällig. Blitzende Deutsche benutze ich so oft. Sollte ich irgendwann Waffen. So, das habe ich schon auf dem Maximum. Heilige Lanza, habe ich mir überlegt, ob ich das ihm gebe. Kann ich auch hinten angreifen.